Theatergurten Theatergurten präsentiert die Uraufführung von Paradies. Eine Geschichte im Schrebergarten, wo es mehr als nur Menschen hat. Voll Scheiss, Dreckmann! Und du, unsere Tradition! Kannst du nicht mal ein ganzes Land drauf machen? Magst du immer Krochen wie Tradition? Dann mach mal langmorgen ihr Auto drüber! Paradies von Livia Ann Richard Wer war das jetzt? Das Theatergurten vom 27. Juni bis 21. August. Tickets gibt's auf theatergurten.ch Das Theatergurten wird unterstützt durch die BKW Energie AG und durch das Migrokulturprozent.